Jo Leute, was geht da? Mein Name ist die WCD und willkommen zu dieser kurzen kleinen Ankündigung hier. Und zwar streame ich gerade auf Twitch. Checkt auf jeden Fall den Link unten in der Beschreibung aus. Keine Ahnung, was ich da machen werde. Ich gehe einfach mal zum Sturmwaffel rein. Schau, was machst du da? Bist du immer noch dran? Ich bin immer noch in der Aufnahme. Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich wünsche dir viel Erfolg. Nein! Vielleicht jetzt live. Geht mal zu mir ein Livestream. Twitch.tv ist gleich Sturmwaffel. Streamst du? Nee. Einfach so nee. Und außerdem habe ich mir gerade, außerdem habe ich gerade meine Hose gerissen. Ja, ja, komm. Leute, zieht euch das mal rein. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so viel sieht. Aber ich habe da so, ja, ich habe gerade auf dem Weg ins Ufo hier mir ein bisschen die Hose gerissen. Aber wie gesagt, checkt es unbedingt mal aus. Unten in der Beschreibung verlinkt. Ich weiß nicht, was ich zocken werde. Ich habe aber gerade ganz gute Laude, wie man vielleicht merken kann, sodass ich beim Sturmwaffel einfach mal die Aufnahme platze. Leute, ich mache jetzt hier mein Stream-Setup an an der Stelle. So, warte mal, machen wir hier mal Licht an. So, sieht es da schon wieder viel besser aus, Leute. Und dann, wie gesagt, unten einfach in der Beschreibung checken. Äh, Isi auf Twitch und so. Twitch, Isi, ihr wisst Bescheid, Leute. Bis dann. Macht's gut. Äh, wir sehen uns dann, äh, auf Twitch. Ne? Ähm, ja. Äh, wir sehen uns dann, Äh. nets leagues.